Da hab ich alles voll aus... Ja, ich weiß, aber ihr wolltet in der Welt nicht spielen. Wir waren halt blöd. Ich weiß nicht, warum, das ist richtig gut. Haben wir Kühe? Wir haben Schafe. Ja, wir haben Schafe. Oh, das ist noch besser eigentlich. Und ich denke, ich hab sogar ein echtes Bett, oder Anna noch nicht? Nein, du hast nur ein Strohbett, wenn überhaupt. Ja, weil wir die noch ziehen müssen. Oh, ich hab's in den Hausten, da. Ich bin richtig dumm. Ich hab's so. Ja, ich kann mich erinnern. Das hat mich aufgeregt. Oh, ich hab auch schön viel Malachis in meiner Kiste, ja. Ja, wegen der Schlucht dort, die du gefunden hast, Penny. Hm, ja, ja. Die Ultramine. Und ich hab Kohle. Oh, das ist so schön. Ich hab gedacht, dass es mir viel schlechter geht. Wo haben wir Essen? Wisst ihr das? Wieso liegt hier Salat am Boden? Ich sag einfach Salat am Boden. Äh, Penny, das ist wahrscheinlich dein Salat. Denn hier ist Tomate drin. Achso, ja, ja. Ja, das war meiner. Egal, behalt's. Timo, ich schenke dir diesen Salat. Er hat sogar Beeren in sich. Das ist schön. Hey, jetzt solltest du... Willi, kannst du meine Paprika... Ah, es steht eh Bronze. Kannst du meine... Ja. Kannst du meine Paprika entfaulisieren? Danke. Ich hab hier richtig viel gewusst, Alter. Ich hab... Ich hab... Und warum weißt du das jetzt nicht mehr? Alter, das war so lange her. Hä, wo sind meine Claymolts? Ich hab gar keine Claymolts. Was ist das? Ich hab Claymolts. Ja, bitte, 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 bitte. Ich brauch das. Oh, ein Salat. Sehr, sehr lecker. Auch ein. Warte, ich brauch mehr Claymolts von dir, Timo. Als einen. Ich bin ein Backfischstäbchen. Ein Backfischstäbchen. Ja, 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 ja. Hallo, ich bin zurück. Hallo, Timo, ich hab dir alles eingeschmolzen. Aber, Timo, das verwenden, das macht man jetzt nicht mehr so. Soll ich dir lernen, wie das geht? Ich weiß, ja. Das machst du mit dem Crucible. Äh, einfach, ich weiß eh schon. Ach. Soll ich einmal ein Kupfer zu Bronze machen? Denn was kann man anders machen? Ja. Kannst du mir dann die Spitzhacken und so weiter geben? Die sind in deinem Haus. Ah, gut, danke. Danke. Nein. Nein. Ich hab noch mehr Bismuthinid gefunden. Aber da musst du es nicht nehmen. Eine richtig große Ader. Ja. Wenn es Spaß macht, kannst du es. Nein, es macht keinen Spaß. Warum hast du nicht das ganze Leder verschwendet für die Rüstung und nicht für Blasebiken? Ich hab noch total viel. Aber ich könnte ein Blasebiken bauen, ja? Fütter die Schafe. Ah ja, es sind genauso, wie wir da haben. Ah, gut. Ich hab's nur falsch hinplatziert. Ja, ich auch. Ich bin auch stolz darauf. Und verärgert. Ich hab eine neue Baumart. Ich bringe einen Zeppling. Oder ist die neu? Ich glaub, White Cedar haben wir schon, oder? Äh, Weize. White Cedar. White Cedar. Ähm, nicht in unserem Garten. Unsere Baumwärm ist da oben, oder? Ja, dann pack auf's. Unser was? Unser Baumwärm ist da oben. Äh, ja, aber das hier sind, äh, Obstbäume. Nein, ich bin mal noch weiter oben. Ah ja, dort hinten, ja. Echt? Ja. Kann ich einen leckeren Salat? Ja, ich könnte dir einen Salat geben. Ich hab dir eh einen Salat gegeben. Ja, den hab ich schon gegessen. Grüne Bohne. Lecker. Oh, das ist der blödeste Spruch von Max, den ich nicht gehört hab. Ich muss mein Haus mal verschönern, oder? Das ist wirklich schlimm, wie ich hier lebe. Also, ich hätte mir vielleicht statt einer Spitzhacke noch eine, oder statt einer Säge noch ein Schwert machen sollen. Ja. Warum ist dein Steinknopf? Aha. Bei dir werden die Ingots gespeichert von Bismuthinith, oder? Ja. Ja, okay. Dann muss ich sie nicht bei meinem Metall Storage hier speichern. Wo hast du Metall Storage? Kommt zum, zur Spiele. Und das, das alles? 10? Und das hier ist Bronze. Uh, wir haben viel Bronze. Und das hier ist Obst, oder? Ah, Lied ist das okay. Obst? Hast du Obst? Nein, nein, nicht Obst, sondern Obst. Jetzt für diese achievement, wo, dieses Obst, wenn man verkackt hat, mit den Mischungen. Okay. Dann bekommt man das jetzt schief mit Ups. Kommt dann auch so ein komischer Ingott raus, oder? Ja, dann kommt halt, aber mit dem kannst du nichts machen. Eigentlich kann man ja auch mit der Prospector Spicker ein bisschen herumtun. Ah ja, irgendwo im Seda-Biom habe ich, äh, Redstone gefunden. Aber ich habe vergessen, wo. Medium Sample of Coal. Very Large Sample of Coal. Was? Ah ja, hier ist Kohle. Genau, hier ist Kohle. Wirklich bauen wir es mal ein Haus aus Bismuth. Und dann sprengen wir es, weil Bismuth dumm ist. Ich gehe alle unsere Ärzte einschmelzen, damit wir bessere Storage haben. Alle Ärzte? Alle Ärzte. Ja. Außer Eisen, damit es natürlich nicht geht. Komm in mein Haus. Und schaue in meine Kiste und sag mir, ob du da Lust hast. Ja, ja, sehr gerne. Ähm, benutze dann meine Bronze auch. Ich benutze dann meine Bronze auch, um irgendwas herzustellen. Keine Ahnung, ne Schaufel oder keine Ahnung. Ja, nur eine Frage, soll ich das Kupfer in Kupfer schmelzen, äh, äh, speichern oder sofort in Bronze? Denn eigentlich ist es... In Kupfer. Es wäre klüger in Kupfer, ja. In Bronze haben wir jetzt viel. Hey. Kupfer. Hey, Kupfer. Benni macht dasselbe, was du vor kurzem gemacht hast, Timo, gerade. Mhm. Ich sehe sie. Was? Nee. Hast du irgendwie Angst, dass ich irgendwas Pilses mache oder wasche? Es ist mir egal. Lass bei der Schmiede. Okay. Das heißt... Ich mache... Ähm... Ist gelbes, ähm... Was hier? Will Paprika besser als grüne? Will... Haben wir irgendwo eine Feuerstelle? Ich möchte, ähm... Ein Mold... Äh... Brennen. Ja, aber ich war gerade fertig mit meiner. Nein, ich möchte ein, äh... Claymold zu... ...verfestigen. Mache ich das? Will... Ich weiß nicht, ob man das anders als das Brennloch machen kann. Okay. Soll ich dann einfach noch ein Brennloch machen? Hier ist ein Brennloch da. Äh, mache ich. Das will ich braten. Boah, dieses Willow-Holz ist ur-hässlich. Ja. Nimm das Akazien-Holz, das ist schön. Akazie ist schön. Oder nimm Douglas-Fur oder White-Cetter, das ist schön. Willi, wie schert man ein Schaf? Hm? Wie schert man Schafe? Mit einem Messer? Aber Benni, ich mach das schon. Nee, heute nicht. Wo hast du die Spindel? Ich mach durch Betten, oder wie? Ja. Wär schön. Weil dann könnten wir endlich mal die Nächte skippen. Das wär schon schön, ja. Nein. Wo ist die Spindel? Gib her. Das ist sowas von gemein. Verdient, Benni. Verdient. Wir sind in der Bronzezeit, haben aber nur Lederrüstung. Ja, war schmieden ist anstrengend. Dann brauchst du 60.000 Bronze. Da, jetzt haben wir einen vollen Block von Bismuth in Heat. Was? Schön. Schön. Ich glänze gerne Tomaten an. Ach, Benni, hör auf. Du kleiner Essensdieb. Das passt zu dir. Nein, nein, nein. Nicht den Kupfer reingeben. Was hab ich da gemacht? Willim, hast du was Falsches gemacht? Nein, nein, nein. Ich hab's nur in einen Ingottmult gegossen, das Kupfer, das ich geschmolzen hab. Jetzt hab ich's wieder zurückgegossen. Ich dachte schon, du kannst diesen tollen Ups-Bahn machen. Nein. Ich beweise euch, dass ich Äpfel esse. Das zu. Das war mein einmaliger Beweis. Was für ein Beweis? Für was? Für Dummheit? Dass er Kupfer ist. Hm. Das ist ein Beweis für ganz große Dummheit. Was hab ich gesagt, dass er Kupfer ist? Äh, das weiß ich nicht. Ich denk, das hab ich gesagt. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht, dass er Apfel ist, hab ich gesagt, dass er Kupfer ist. Äh. Weil ich so viel Kupfer gerade in der Hand hab. Woher hast du das ganze Kupfer? Ja, woher? Spanys Chest. Ach so, okay. Logisch. Ah, Agriculture levelt sich richtig schnell, weil ich jeden Tag... Nee, aber Agriculture levelt sich halt so schnell, jeden Tag krieg ich dann irgendwas Neues... ...zum abernten. Ich bin eigentlich auch Adept. Also spielst du Teraphimacraft mit Shader oder nicht? Ohne. Weil Shader zerstören bei mir alles. Meine ganzen schönen FPS. Und außerdem kann ich eh nicht normal spielen. Ja, all das Platinum ist eingeschmolzen. Willem, hab ich hier Blöcke platziert? Ja, hast du. Ist die... War noch Wasser? Ja, weil ich hier Wasser-Sources sind. Hm. Ach, Penny, das verstehst du nicht. Das ist zu komplizierte Mathematik für dich. Einfach kann hier ein Block sein. Ja, aber da ist ein Block. Ein Block nicht. Ein Block sind nicht. Nee, ey. Ciao. Penny? Warum sind hier Source-Blocks? Das ist so dumm. Hier waren drei Source-Blocks. Ich brauche mehr Erde, Willem. Da. Ups. Es ist Brontosaurier, die brennt nicht. Brontosaurier brennt nicht. Das ist Lebensinformation. Nein. Brontosaurier brennen nicht. Wir haben hier eine schöne Sammlung. Ja, ja. Ich habe sie erweitert. Warte. Ich tausche Platz mit Platinum und Eisen. Hier soll Eisen sein. Kann man überhaupt was aus Platinum machen? Nicht wirklich. Aber ich habe es eingeschmolzen. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Hattest du irgendeinen Absturz? Nein, nein, nein. Ich wollte nur schlafen gehen. Deswegen habe ich dich gekickt. Ja, meine sind schon alle weg. So viel kann ich sagen. Also, ich habe Bäume. Ich teleportiere mich mal zu den Bäumen. Also, ein Baum. Nicht rum. Ich lade gerade. Meine Fade lade doch nur. Okay, dann ein zweiter Baum. Ah, der hat sogar Früchte. Der zweite Baum. Wie oft hast du dich jetzt teleportiert, Minion? Zweimal. Okay, jetzt darfst du dich nicht mehr teleportieren, bis ich irgendwas erreiche. Weil, deswegen funge ich hier. Wo ich nichts dagegen machen kann. Und nichts essen kann. Solange ich... Wolle wir nicht die Häuser tauschen. Nein. Denn manchmal, wenn ich in dein Haus gehen will, komme ich in meins. Verstehst du? Es ist... Es ist... Es ist... Ähm... Die Häuser sehen so ähnlich aus. Also, wenn man nicht... Ja. Wenn man genau daneben steht und nicht achtet, dann geht man in das Fall. Äh. Ich glaube, ich verhungere und verdurste gerade. Na, wenn man schläft, das nimmt Essen weg. Ah ja, außerdem, Benni, ich gebe dir ein Geschenk da. Unsere Bäume wachsen, Willem. Ja, kannst... Es ist eigentlich schon November. Rechtsklick. Es ist eigentlich schon November, aber... Ja, äh... Warte, ich habe rechts. Äpfel sind Herbst, äh... Im Herbst reif. Echt? Ja, das weiß ich sogar, Benni. Zum Beispiel siehst du die Oliven? Hä, sind die nicht eigentlich... Nein, ich sehe keine Oliven, ich will mein Sandwich machen. Oliven sind im Dezember reif. Echt? Aber man pflückt sie eigentlich schon viel früher, wo sie noch nicht ganz reif sind. Aber ich habe jetzt Abendessen, also ich gehe jetzt AFK. Ja, ich glaube, ich höre auf für heute. Weil das macht echt keinen Sinn mehr, wenn ich die ganze Zeit so rumlege. Okay. Bis zum nächsten Mal.